Ja, ich bin der Sebi, ich bin 31, aus München. Ja, und ich radel gerne. Ich bin der Benni, bin 36, aus Münchener Umland. Also das geilste vom Fahrer her war vom Gletscher runterfahren. Ganz zu Beginn, das ist einfach das Wildeste mit dem Massenstart. Da geht es richtig ab. Und die geilste Mission, ich fand die geilste Mission war die Semmeln schmieren mit Käse und mit der Wurst. Wir waren ambitioniert, wie wir hier angefangen haben heute. Und ich glaube, um unser Ziel zu erreichen, müssen wir nochmal herkommen. Definitiv. Vor allem, wir waren letztes Jahr auch einigermaßen stark und haben uns gesagt, echt, dieses Jahr machen wir mal Top Ten. Willkommen im Pool. Gut gemacht. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall als erstes noch einen Schnitzel. Ab geht's.